Mit dem Zitronen-Schnitz-Marini und dem Torottenfisch natürlich auch noch dabei. Und dann unter dem Torottenfisch ist das Chison-Kräuter. Das ist auch sehr bekanntes Kräuter für frische Fische. Das isst man sehr, sehr gerne auch mit den frischen Fischen. Es duftet sehr stark, wenn Sie gern hätten, das probieren Sie auch. Dazu haben wir Sojasauce und dann Kerensauce. Das ist Irisake. Sake, Reiswein, mariniert mit fräumen Stücken. So zäuliges Frisch von Paddes. Diese Kerensauce passt zum Beißenwisch. Sojasauce macht sie alle zusammen. Auch noch hier schwarze Streifen. Bei Ihnen gibt es auch noch. Das ist Chiyoko. Also das Erfahrkern. Sie sehen uns nicht von Schalken im Hintergrund. Wir haben hier die Mohler im Hintergrund. Und die Niveau im Hintergrund mit einiger Spisch-Kräuter. Wir machen hier mal ja die W signsen. Wir machen hier die Ziton. Wir machen hier recht gut machen in der Nähe. Wir machen hier auch die Ziton. Wir machen hier eigentlich immer noch ein Mal mit. Wir machen hier. Wir machen hier die Ziton. Wir machen hier die Zitonkir-Kräuter, die Zitonze. Wir machen hier ja.